Was ist der Halle? Der ist unbedingt süd gegen Laktoseintoleranz. Weil keine Milch drin ist. Das kann ich dir nur empfehlen. Ich sage dir, der Mensch ist ein Gewöhnungstherr. Ich trinke zwei Wochen schwarzen Kaffee und dann ist das durch. Mache ich meine Tanknadel hier hoch? Ach tatsächlich. Sag mal. Ja, was ist los? Gibt das eigentlich schon digitale Tanknadel? Die ganzen neuen High-End Autos, die komplett smart sind? Eigentlich schon. Ihr habt hier von BMW oder Mercedes schon Autos, die ein komplett digitale Ding haben. Genau, das ist dann einfach ein Monitor. Und da ist ja dann dementsprechend auch die Tankanzeige drin. Na klar. Ich habe es nur noch nicht gesehen, weil die damit sagen, wie das funktioniert und so. Das ist ja heutzutage die ganzen neuen Audis und so die ganzen Tag drin. Obwohl ich immer noch finde, ein analoger Tacho, so ein Zeiger, der sich bewegt, immer noch cool finde. Und BMW hat das ganz cool gelöst, bei denen finde ich das eigentlich ganz witzig. Die haben halt, ist alles schwarz, ne? Und dann haben die nur diese zwei Zeiger, die siehst du halt. Von den Umdrehungen und von der Geschwindigkeit. Genau. Die sind analog noch, die bewegen sich noch. Und wenn das Display halt aus wird, ist halt alles schwarz hier. Ah. Dann hast du nur zwei rote Zeiger und dann so einen kleinen Rahmen, ne? Mit Zimmer. Und wenn du das Auto dann umlegst, sitzt du im Schloss und das Auto angeht, dann... Dann ist der Rest das digital dann. Ja. Das finde ich cool. Das ist cool. Also das stelle ich mir gut vor. Ich weiß nicht, wie es aussieht. Ich weiß, der Zeiger ist auch scheiße. Aber ich kenne mir ein, dass die BMW so gemacht hat. BMW schickt uns doch mal... Ein Tacho zu. Ein Auto zu. Machen wir eine kleine Probefahrt. Weil ich sowieso mal geil finde. Ich schüsse hier nochmal in einer geilen Schüssel. Obwohl das stiegende kleine Auto hier. Ey. Meine Mutter, die jetzt unten ein Auto geholt, ne? Hyundai. Top. Super Kiste. Das ist der Nachfolger von dem hier. Top Auto, Alter. Du, ich bin auch am überlegen, wenn der hier irgendwann mal den Geist aufkippt, ob ich mir von Hyundai halt diese SUV-Variante da finde. Hier gefällt mir auch sehr gut. Da können die richtig was, die ganzen aus dem asiatischen Raum. Ja, die haben halt ein gewisses Preis-Leistungs-Verhältnis, was für die meisten attraktiv ist. Was ich immer ein bisschen doof finde, ist... Bei den Autos sehen wir die nicht immer aus wie mit einem grauen Schiff. Und wir sind immer ein bisschen zu spacig irgendwie. Ja, das ist halt jetzt nicht besonders minimalistisch. Ja. Aber da muss ich ganz ehrlich sagen, wenn ich in eine Mercedes einsteige und dort jedes einzelne Teil nochmal mit irgendeiner Krumm- oder Plastik-Silberverkleidung gemantelt ist, nervt mich das auch ein bisschen. Und bei BMW ist das auch so. Und da finde ich irgendwie dann so, du steigst dann halt in so ein 100.000 Euro Auto ein. Und bei BMW dieser Navi-Knopf hier so in der Mitte. Hier haben wir diesen Knopf in der Mitte, womit du alles steuerst. I-Drive. Der ist halt einfach aus so einem komischen Kack-Plastik. Ja, schlussendlich, Alter. Irgendein Auto, was cooles. Nicht schlussendlich gibt es ja auch irgendwie zwei Arten von Menschen, glaube ich. Die einen, die das Auto zum Fahren nehmen und die anderen, die sich wirklich für diese ganze Thematik interessieren. Und die dann irgendwie Wert darauf legen, ein schönes Auto zu haben von einem geilen Hersteller. Und ich meine, Mercedes, BMW, das sind ja auch gute Autohersteller. Das kann ich auch verstehen. Aber mir ist sowas zum Beispiel relativ groß, beziehungsweise ich habe davon nicht so viel Ahnung. Schöne Anlage ist mir wichtig. Ich finde es gutes Radio, gute Boxen. Das finde ich sehr wichtig. Das verstehe ich. Das ist tatsächlich... Ich war bei meinem letzten Auto echt ein bisschen... Der war zwar okay, aber irgendwie war es auch doof. Also da hat doch der letzte Schmisslad noch gefehlt. Ja. Und so manchmal ein bisschen ärgerlich ist da recht. So schön. So schön guter Sound, ne? Du musst richtig rotzen. Du musst richtig wegfetzen, Alter. Du musst dich einknallen, du. Du musst dich einknallen, du. Das ist ja voll krass, Alter. Noch eine. Da fragt man sich jetzt die richtige Kathedralen, die die bauen. Da fragt man sich doch, wenn so viele Leute online shoppen, wer geht denn da noch in diesem Auto? Es scheint doch noch viele zu machen. Das verstehe ich eben auch nicht. Das finde ich auch richtig krass. Ich habe mir immer so ein bisschen gedacht, der Konsum, der verlagert sich. Aber manchmal habe ich das Gefühl, der Konsum vergrößert sich einfach nur auf allen Seiten. Mit Ausnahme von Videotheken. Die hat es voll erwischt. Die Armschwein. Ja, Mann, ey. Ich bin ja auch eine Zeit lang noch mal zur Videothek gegangen. Zu Uli. Und Uli ist eigentlich echt ein cooler Typ hier. Wir sind so ein richtig geiler Atzen-Berliner. Der hatte halt noch so eine richtig alte Videothek. Dann bist du durch so einen Perlenvorhang gegangen und warst halt in der Pornoabteilung. Dann ist halt da hinten dann so deine Pornofilme auf VHS und so. Sie war ein richtiger... Uli war noch so ein Oldschooler. Ja. Der hat jetzt noch von der Pike auf gelernt. Das Videothekenhandwerk. Und... Ja, Alter, ey. Der ist halt durch. Also... Ey, ich habe auch keinen Bock. Weißt du, ich kann doch im Monat mein Netflix bezahlen, Alter. Und dann ziehe ich mir den Scheiß da rein. Wobei ich mit meinem Netflix-Online-Angebot aktuell sehr unzufrieden bin. Ja, du bist ja auch nicht so der Serien. Nee. Ich würde gerne mal so machen. Netflix vielleicht auch einfach die falsche Adresse für dich. Die falsche Adresse. Dann solltest du lieber zu Maxstone gehen, wo die gar nichts haben. Maxstone ist auch interessant, wie die das schaffen, sich seit Jahren noch zu halten. Weil da immer wieder Kohle reinpuppt. Bestimmt E.T. hat. Die haben ja auch ganz lange bei Berlin reingepuppt. Hast du mal auf Netflix aber Rick & Morty geguckt? Nee. Zeichentrickserie, ne? Ja, aber Rick & Morty. Das ist so ein Müll. Es ist aber so richtig. Es ist wie so ein Verdauungsschnaps, wenn man das guckt. Ich finde das total witzig. Da kann man neulich diese andere Zeichentrickserie angeguckt, wo die da mit dem Onanier-Monster wird dann kommt. Da kriegt ihr doch auch diesen kurzen Ausschnitt per WhatsApp rüber geschickt. Und dieser kleine Junge liegt da nachts im Bett, schlägt bei dem Kumpel und auf einmal kommt das Onanier-Monster. Hallo, ich bin's. Das Wichs-Monster. Und er dann so, nein, ich bin doch bei meinem Kumpel hier. Das Monster. Ja, aber warum bin ich denn da? Und dann fängt er sich da halt richtig gleich einen anderen runterzuholen. Alter, und sein Kumpel liegt neben ihm und ich musste das so feiern. Also Rick & Morty ist halt deswegen ganz witzig, weil das ist halt der verrückte Professor, der die ganze Zeit rülps beim Sprechen. Ja. Und dieser Junge, der immer die ganze Zeit, nein, nein, ich will nicht, nein, nein. Der will das eigentlich alles gar nicht und der wird aber immer voll mit reingezogen von dem Typen, von diesem verrückten Professor, was irgendwie, glaube ich, sein Opa ist oder sein Onkel. Und die erleben halt voll die lustigen Sachen und dann sind die mal in irgendwelchen anderen Universen. Und das ist halt auch teilweise ein bisschen, naja, ich sag mal, ein bisschen sehr für Erwachsene. Dann fällt der eine zum Beispiel die Klippe runter und bricht sich die Beine, der kleine Junge, ne? Aua, nein, ah. Und so. Und dann lassen die, kennst du das ist bei Family Guy auch so, dass die manchmal auf bestimmten Szenen einfach so eine Minute drauf bleiben. Der liegt dann einfach da mit gebrochenem Bein. Ach so, meinst du das? Und macht dann die ganze Zeit, ah, nein, ah. Und die Kamera bleibt eine Minute da drauf. Also ist das so diese Kategorie Simpsons Family Guy und äh. Hast du nicht gesehen? Und ich liebe das ja. Okay. Schön. Also, verstehe, du hast also eine schöne Serie, die du dir gerade auf Netflix reinziehst, bist aber prinzipiell sehr unzufrieden mit dem Aniput von Netflix. Ja. Bin nicht glücklich damit. Muss ich sagen. Aber vielleicht. Wenn andern mal. Ja. Ich sag mal, mein Leben besteht ja auch nicht nur aus Netflix. Nee. Nee. Ich hab ne richtig geile neue Computerspiele. Ich hab ne richtig geile neue Computerspiele.